Was ist Spring Integration und wie realisiere ich damit einen Mail-Spammer? In dieser Reihe habe ich euch schon Camel, Service Mix, Mule, Talent und Fuse ESB vorgestellt. Ein Werkzeug hat die ganze Zeit noch gefehlt, Spring Integration. Das möchte ich jetzt natürlich nachholen und euch die neue Java DSL zeigen, die seit der 5er-Version dabei ist. Was genau ist Spring Integration? Eine gute Antwort findet man bei vielen Projekten auf der Webseite. Dort steht meistens in einem Satz oder in wenigen Sätzen eine ganz genaue Definition, die man sich gut durchlesen sollte, damit man das richtige Werkzeug einsetzt. Und so ist es auch bei Spring Integration. Und hier finden wir diese Information. Also Spring Integration erweitert das Spring Programmiermodell um die Enterprise Integration Patterns, so dass man leichtgewichtiges Messaging machen können mit externen Systemen über Adapter. Also hier ist eine ganz wichtige Sache das Spring Programming Model. Wer nicht mit Spring vertraut ist oder sich da nicht einarbeiten möchte, für den ist Spring Integration ganz sicherlich nicht das Tool. Wer mit Spring vertraut ist, für den ist Spring Integration interessant. Eine weitere Option, da steht zwar nicht Spring im Namen, ist aber auch ein Spring-basiertes oder ein Framework, mit dem man Spring ganz gut verwenden kann, das ist natürlich Camel. Was finden wir hier noch? Das Hauptziel, es ist auch oft gut zu schauen, was ist das Ziel von so einem Projekt, ist ein einfaches Modell für Enterprise Integration Solutions. Also es geht nicht nur einfach um irgendwas umzuwandeln, sondern Enterprise, also hier ist dann auch Support dabei für Transaktionen, Zuverlässigkeit, wir kommen an Message Broker dran. Genau diese Dinge, die finden wir natürlich bei Spring Integration, so wie wir das auch von anderen Spring-Projekten gewohnt sind. Ja, auch noch eine wichtige Sache, selbstverständlich, wenn wir Spring einsetzen, Separation of Concerns, die Trennung von verschiedenen Aufgaben und Zuständigkeiten, auch das haben wir natürlich auch bei Spring Integration. Ja, jetzt möchte ich das mal herunterladen, aber hier gibt es doch, hier gibt es seit neuestem einen Download, aber da steht nur Download. Ich kann es natürlich nicht direkt herunterladen, Spring Integration ist nicht ein Produkt, das ich mir so einfach installiere, keinen Server, den ich betreibe, sondern wie Camel handelt es sich bei Spring Integration um eine Bibliothek. Und die binde ich am einfachsten ein, indem ich meinen Projekten im Maven-Dependency hinzufüge. Ich muss die natürlich nicht herunterladen. Die Basis für das Beispiel, das ich später noch zeige, ist Spring Integration 5, da sind wir momentan bei Milestone 3. Und dort finden wir erst in der 5er Version die Java 8 DSL, die jetzt Spring Integration wieder ziemlich interessant macht. Hier seht ihr das Diagramm unseres Mail Spammers. Wir haben verschiedene Enterprise Integration Patterns, die hier kombiniert werden zu einer Integrationsanwendung. Los geht's mit dem FilePoller, der bekommt eine JSON-Datei mit Adressen, einer Liste von Adressen. Und diese Adressen werden dann aufgespalten in einzelne Nachrichten. Das heißt, nach diesem Splitter laufen anstatt einer Nachricht jetzt zwei Nachrichten durch das System. Diese Nachrichten werden aufbereitet, umgewandelt und der Vorname wird entnommen. Der Vorname ist dann ein Eingabeparameter an eine Restressource, ein Restwebservice, den wir aufrufen. Also wir rufen diesen Service jetzt auf und übergeben den Sandro, bekommen daraufhin das Land und das Geschlecht des Sandros. Das wird ermittelt einfach über die Häufigkeit in diesen Ländern. Und das Ergebnis legen wir ein in den Datensatz. Das heißt, wir haben jetzt einen Datensatz, der auch eine Country- und eine Title-Information enthält. Danach wandeln wir das Dokument in JSON um. Weiter geht's mit dem Router, der je nach Land die Nachrichten verteilt. Die Nachrichten nach Italien, die fließen hier runter. Es wird ein Mail-Text aufbereitet und basierend auf den Informationen aus unseren Artikeldaten oder ein Artikel aus unseren Adressdaten setzen. Und daraus kann dann eine E-Mail aufbereitet werden mit der entsprechenden Ansprache. Also hier, Ciao, Senior Sandro. Was passiert jetzt, wenn ich einen Eintrag habe für Frankreich? Da habe ich ein einfaches Verfahren. Da lege ich die Nachricht einfach in eine Queue ab auf mein AMQP-Broker. Ja, und wie dieser Flow jetzt aussieht, ganz konkret in der Java DSL, das schauen wir uns als nächstes an. So sieht die Lösung in der Java 8 DSL aus. Der Flow ist im Prinzip das hier. Ich habe eine Methode, die gibt einen Integration-Flow zurück. Über diese Factory hier, Integration-Flow-From, erstellen wir oder bekommen wir einen Builder. Und über dieses Builder-Pattern werden die einzelnen Enterprise-Integration-Pattern und Elemente der Java DSL aneinandergefügt. Im Prinzip ist das ähnlich wie bei Camel. Allerdings ist Camel ja noch auf der, also Stand Mai 2017 auf einer nicht-Java 8 DSL. Und hier haben wir das Ganze auf einer Java 8 DSL. Also wir sehen hier vielleicht schon ein bisschen, wie Camel dann irgendwann einmal aussehen könnte. Und der Unterschied wird besonders deutlich, wenn wir uns hier den Anfang der Route anschauen. From Files, das ist der Adapter, Inbound-Adapter, gehen wir hier an, ein Verzeichnis, das dann immer wieder gepolt wird, ausgelesen wird. Und wir können jetzt daran auch einfach weitere Elemente, weitere Aufrufe hinzufügen und zum Beispiel einen Filter-Ausdruck verwenden. Bei Camel muss ich diese Dinge in String-Codieren als Optionen und die sind natürlich nicht typ-sicher. Ich kann da Fehler machen und ich habe nicht diese Completion zur Verfügung. Allerdings gibt es bei Camel auch eine schöne Sache momentan. Das ist das IntelliJ-Plugin für Camel. Wer das aber nicht hat, der hat natürlich da das Ganze nicht so komfortabel noch in Camel. Aber hier in Spring-Integration bekomme ich das. Also die Konfiguration auch von Adapter kann über Java erfolgen und muss nicht über Strings erfolgen. Schauen wir uns mal an, wie die Route so weitergeht. Wir haben hier den Splitter, der die Adressen splittet. Dann haben wir hier die Transformation, das ist hier ein Stück weit auch klar ein Anreichern, und zwar ein Anreichern des Headers mit der Payload, also ein extra Header-Element, das Adress heißt. Wir müssen uns die Adresse abspeichern, bevor wir jetzt den Rest-Service aufrufen. Ihr seht hier auch nochmal schön, wie das funktioniert mit dieser DSL auf Java 8, mit den Lambdas. Dieses Enrich-Headers bekommt ein Lambda, also das hier ist praktisch eine Funktion mit einem Eingabe-Parameter. Den bekommen wir von Spring-Integration übergeben. Und der ermöglicht es uns dann hier, verschiedene Dinge zu tun. Und hier kann ich dann zum Beispiel ein Header-Feld mit einem Ausdruck setzen, mit einem Namenswertpaar und so weiter. Das habe ich hier auch gemacht und habe hier nochmal, das ist jetzt verschachtelt, man kann das natürlich beliebig weit treiben, muss aber aufpassen, dass das Ganze noch einigermaßen übersichtlich bleibt. Diese Header-Function, in der habe ich Zugriff dann auf die Payload, sodass er jetzt, wie gesagt, diesen Adress-Header mit der Payload ausfüllt. Dann eine Transformation, das ist so ein Dummy. Wir machen HTTP-GET, da muss nichts im Body drinstehen. Deswegen setzen wir den hier auf einen leeren String. Rufen dann über einen HTTP-Outbound-Gateway über diese URL, die wir zusammensetzen, aus der Service-Adresse plus dem Vorname zusammen. Nach dem Aufruf ziehen wir aus der Payload, das ist ja eine XML-Payload, die wir von diesem antiken Service da zurückbekommen. Da ziehen wir uns über XPath-Angabe zum Land heraus und ob sich es hier um einen Mann oder eine Frau handelt. Ja, dann haben wir als nächstes Element einen Enricher, der die Nachricht anreichert, der jetzt gerade Country hier und diese Mail-Information abspeichert in die Payload. Ja, und danach transformieren wir die Adresse, die in der Payload steht, noch nach JSON und routen das Ganze. Das Routing wird hier dynamisch vorgenommen und zwar routen wir über das Land. Für zwei Länder habe ich jetzt hier Routen definiert. Das eine war die Route für Frankreich, die über eine AMQ-PQ geht und das andere ist die Route nach Italien oder für Italien mit dem Mail-Versand. Hier baue ich jetzt den Flow mit einem Lambda-Ausdruck zusammen. Man sieht auch hier schön, wie ich mit einem Enrich-Header mehrere Header-Felder auf einmal setzen kann. Ich setze E-Mail-Header, wie beispielsweise an wen die E-Mail geht, von wem die E-Mail kommt und den Betreff. Ich transformiere dann nochmal das JSON in eine Java-Klasse. Das ist eine ziemlich schöne Sache. Ich habe hier auch ein Java-Bean, eine Adresse, die die gleichen Felder hat wie das JSON-Dokument. Und nach der Transformation liegt in der Payload ein Adress-Objekt. Und hier sehe ich jetzt auch nochmal, oder hier sehen wir ein Beispiel, wie schön das sein kann mit einer Java 8 DSL. Diesen Transformer, für den gebe ich jetzt Typ-Informationen an. Und zwar bekommt der Transformer eine Payload, in der eine Adresse ist und wir möchten einen String zurückhaben. Und dann bekomme ich wirklich in Lambda eine Referenz vom Typ Adresse. Und auf dieser Adresse kann ich jetzt einfach Get-Title, Get-First-Name und so weiter aufrufen. Ich kann es so operieren, wie wenn ich direkt in Java, das ist ja auch Java, bin. Ich verwende diese Angabe jetzt halt einfach für einen String für meine E-Mail, die ich formatiere. Klar, eine Templating-Engine wäre ja schöner, aber für das Beispiel reicht es aus. Ja, und dann geht es noch zum Outbound-Adapter und wird verschickt. Ja, hier unten habe ich jetzt nur noch die Hilfsmethode. Die eine, die den Vornamen rauszieht und die andere ist das Anreichern der Adresse, die wir oben eingebunden haben. Und da sieht man halt einfach nochmal, dass ich aufspalt anhand vom Land und je nachdem welches Land es ist, andere Anrede verwende. Ja, und die Main-Methode, um das Ganze zu starten? Ja, zum Fazit. Also, mittlerweile gefällt mir die Java DSL, die Java 8 DSL für Spring Integration recht gut. Ich bin richtig begeistert. Am Anfang war es allerdings ein bisschen umständlich, um sich da reinzudenken, um damit zu entwickeln, um vorwärts zu kommen. Das ist aber einfach nur eine Umstellungssache, um, ja, sag ich mal, da reinzukommen, wie drücke ich das aus und idiomatisch vorzugehen. Das Beispiel, das ihr hier auch seht, habe ich mehrmals umgeschrieben und am Anfang war es noch richtig hässlich, bis ich zu dieser Lösung gekommen bin. Was auch ein großes Problem war, es gibt kaum Beispiele im Netz für die Java DSL. Es gibt eine recht kurze Referenz und es ist unheimlich mühselig noch, sich da durchzuarbeiten. Aber okay, die Spring Integration ist jetzt momentan in der Version 5 Milestone 3 und da ist nicht mehr zu erwarten, dass die Dokumentation schon ausgereift ist und dass es so viele Beispiele dafür schon gibt. Das wird alles noch kommen und in der Zwischenzeit, da kann man sich die Dokumentation zu Spring Integration anschauen und das Ganze dann halt übertragen auf die Java DSL. Das funktioniert auch einigermaßen ganz gut. Also ganz ehrlich, im Liebsten, ich weiß jetzt nicht, wenn ich das nächste Camel-Projekt vor mir habe. Camel war bisher immer so mein Standard-Integrations-Tool, mit dem ich viel gemacht habe. Aber viele Sachen werden mir jetzt sicher ziemlich antiquiert vorkommen und umständlich und ich werde die Java 8 DSL vermissen oder hoffen, dass es bald auch sowas für Camel gibt. Ja, wie sieht es aus mit Spring Integration gleich heute einsetzen? Würde ich machen, wenn ich dafür die richtigen Adapter habe. Bei Spring Integration kommen nur eine starke Handvoll Adapter mit. Das ist der File-Adapter, HTTP, FTP, AMQP. Ja, damit sind wir fast schon durch. Also es gibt nur ganz, ganz wenige, zwei, drei mehr, aber das war es dann. Und diese Adapter sind nicht vergleichbar mit den Camel-Adaptoren. Schaut euch bei Camel mal den File-Adapter an und was der alles bietet, wie viele Optionen ihr habt. Und für alle Probleme, für alles ist was da. Und für jede Plattform unterstützt er das richtige Locking, die richtigen Sperren und alles. Das haben wir hier nicht. Aber dafür haben wir wesentlich neuere, modernere Ansätze. Beispielsweise ist es beim Camel, beim File-Adapter so, der File-Adapter liest eine Datei, speichert die in unsichtbares Verzeichnis und wenn irgendwo was schief geht, kopiert er die wieder zurück. Und das macht vorne der Adapter. Bei Spring-Integration ist es anders. Also ich habe da Ewigkeiten gesucht, dass ich die Stelle finde, wo ich einstellen kann, dass er die Datei weglöscht, wenn der File-Adapter sich eine geschnappt hat. Aber da gibt es nichts. Das ist woanders. Das ist beim Outbound-Adapter. Also erst, wenn die ganze, die ganze Flow durch ist und erfolgreich verarbeitet wurde, erst dann sage ich, okay, löscht die Datei weg. Und das ist wesentlich genialer. Also man merkt richtig an diesem Beispiel, dass Spring-Integration viel neuer ist. Oder was ist Spring-Integration? Spring-Integration ist ja schon ein bisschen älter, aber dass die neue Java-DSL viel neuer, klar neuer ist als Camel. Und dass sie dort einige Dinge nochmal überdacht haben und überarbeitet haben. Aber das lässt natürlich auch hoffen auf zukünftiges Camel mit einer neuen Java-DSL. Ja, aber mit Spring-Integration bekomme ich die schon heute. Also ich bin unheimlich versucht, das nächste Projekt mit Spring-Integration zu starten. Wie gesagt, es kommt halt auf die Adaptoren an. Wenn die passen, kann ich schon loslegen. Aber ganz so kritisch ist es nicht. Wenn euch ein Adapter fehlt, ist es alles ja. Aber ihr könnt entweder den Adapter selber schreiben. Wenn ihr den nicht schreiben wollt, nehmt ihr einfach eine kleine Lambda-Funktion, eine Min und dort kapselt ihr die Kommunikation rein. Oder nehmt die anderen Mechanismen, die ihr von Spring kennt. Und da lässt sich ja alles integrieren. Und damit kriege ich das Problem auch umschifft. Also, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit Spring-Integration zu beschäftigen. Ich hoffe, dass ich demnächst im Projekt damit arbeiten werde. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut euch das Ganze an. Und ich bin ganz gespannt, was so die nächsten Jahre hier noch passiert. Wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich bin auch froh, dass es nochmal eine Alternative zu Camel gibt. Weil oft war es schon so, dass Camel die Lösung ist, die fast immer gepasst hat. Aber da nochmal eine Alternative, ein bisschen Wettbewerb zu haben, das schadet sicher nicht. Ja, das Code-Beispiel, das ich euch heute gezeigt habe. Ich lege das auf GitHub. Ihr könnt das herunterladen, verbessern, Anmerkungen reinschreiben. Den Link dazu, den schreibe ich euch in die Beschreibung hier unten rein. Ja, das war es in dieser Folge zu Spring-Integration. Weitere Informationen zur Integration mit Open-Source-Tools findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Zum Beispiel unter Veröffentlichungen Open-Source-Integration, unseren großen Vergleich der Enterprise-Tools. Analog oder begleitend zu den Videos habe ich hier die einzelnen Integrationslösungen beschrieben. Ich werde hier noch Spring-Integration hinzufügen. Das Ganze auch nochmal mit den anderen vergleichen. Also schaut da mal rein. Und ja, auf unserer Webseite findet ihr auch unsere Seminare zu Camel, Spring-Integration, Microservices und so weiter. Wir bieten regelmäßig Termine in Mannheim und in Bonn an. Und natürlich führen wir auch Seminare zu den Themen direkt bei euch als Firmenseminar durch, machen Coaching und so weiter.